hallo ihr lieben ich freue mich sehr dass ihr heute wieder mit dabei seid ja der sommer ist da die abende sind wunder wunderschön und was geht besser dazu ein draußen zu sitzen abends und bei wunderschöner beleuchtung die wollen wir heute zusammen kreieren herstellen wie man eine flasche in zwei teile trennt das habe ich euch in einem meiner letzten video schon gezeigt ich hinterlege euch das video aber sehr sehr gerne noch mal in der infobox könnt ihr gerne noch mal reinschauen und ja das wollen wir heute also nicht machen das haben wir ja schon was herauskommt ist dann dieses hier zwei teile und einstellen wie groß der abstand oder ja wo ihr halt den schnitt die trennung vornehmen möchte könnt ihr ja selbst ich habe mich für diese höhe entschieden ich habe drei flaschen in diesem abstand getrennt und werde heute mit euch diese richtig 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 schön für draußen gestalten ihr habt die möglichkeit dieses nachher aufzuhängen oder in dem baum zu hängen also das ist ganz euch überlassen ich würde sagen wir starten einfach mal ich begann indem ich hier oben den flaschenhals mit makramee band und das ist recht feines makramee band das sind ist ein zwei millimeter makramee band es gibt ja auch mit drei millimeter das ist das was man sehr häufig nutzt für traumfänger aber auch dieses ist wunderbar geeignet ich habe mich für einen weißen ton entschieden und nicht für ein naturton ich finde das gibt dem ganzen noch mal so nach meinem geschmack her richtig edlen touch und jetzt gehe ich her und wickel den flaschenhals einmal mit diesen um das ende packe ich mir gerne da rein und stört das nicht sondern brauche ich das auch nicht dauerhaft festhalten ja und jetzt gehe ich einfach her und wickel das stramm wer mag kann kleben aber eigentlich ist es nicht vonnöten bitte immer wieder nachrücken dass die abstände dazwischen nicht so arg entstehen und das mache ich mal eben im schnelldurchlauf so das war schon mal schritt nummer eins und jetzt möchte ich euch zeigen dass eine trennung der flasche nicht immer nur richtig gut verläuft also hier finde ich habe ich einen relativ guten schnitt hier wiederum habe ich eine ja habe ich eine kerbe manchmal ist es so manchmal passiert es ganz einfach und insofern werden wir hier unten jetzt etwas anbringen so dass man diese nachher ganz einfach gar nicht mehr sieht und zwar habe ich mich entschieden ja das ist hier so leinen band anzubringen und zwar möchte ich das ganz gerne so in etwa umsetzen und dann schaue ich einfach mal ob das auch so funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe ich habe zwei verschiedene varianten ausgewählt die flaschenhälse zu verkleiden und wie ich meine dritte flasche ja jetzt richtig verstanden dritte flasche unten verkleiden werde da muss ich mal schauen wie mir dieses jetzt gefällt dann stelle ich euch die andere variante vor die ich schon einmal vorbereitet habe und dann schaue ich halt wie ich die dritte flasche gestalten möchte so jetzt habe ich hier mein heiß kleber ich habe jetzt leider ich meine super heiß kleber der ohne kabel funktioniert sondern tatsächlich nur mein klein mal schauen jetzt gehe ich hier bevor ich das mache vielleicht kann man hier ja noch so ein optischer knick einarbeiten den hätte man vielleicht vorher bügeln können dann hätte man hier ein merk knick dass man so betiteln könnte aber ich glaube so dürfte das auch ganz gut funktionieren schauen wir mal ja aber wer sich nicht sicher ist der bügelt das ganz einfach so jetzt haben wir da schon mal die optische also die mitte und ich starte einfach mal hier und leg das egal ob ich in der mitte auch hier beginnen der anfang ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen friemelig und ich hoffe dass das so klappt wie ich es mir vorstelle irgendwie hier außen gerade nicht ich glaube ich entscheide mich nachher für die andere variante war einfacher aber das schauen wir mal irgendwie komme ich mit dem heiß kleber nicht irgendwie wie ihr seht ist weiß nicht der wille ist da die umsetzung irgendwie anders wobei ich finde schön doch ich möchte es einfach umsetzen ich möchte es einfach jetzt so haben und insofern gebe ich jetzt mal alles ich klebe erst außen und dann versuche ich das ganze ja wie ihr seht auch bei mir läuft nicht immer alles nur total glatt und rund und schick sondern manchmal muss man ausprobieren improvisieren anders machen als gedacht aber es geht so wir haben es gleich geschafft so jetzt ist das ganze ein bisschen knickelig aber eigentlich stört es nicht wirklich also ich finde das kann man definitiv so lassen versuche ich hier noch einen sauberen rand hin zu bekommen was sagt ihr kann man kann man so lassen oder kann man so lassen kann man ja kann man so lassen aber ich zeige euch jetzt wie mein erstes stück aussieht oder viel mehr ich mache mit euch jetzt einmal er könnte auch sein dass ich das tatsächlich glatt wieder abreiß also ich zeig euch mal das anruf und zwar habe ich hier einfach so sag es jetzt mal so eine olle decke kaputt geschnitten und mir die bordüre abgetrennt und jetzt seht ihr dass das hier tatsächlich viel viel einfacher von der hand geht heiß kleber drauf nach möglichkeit sich nicht verbrennen und ansetzen fertig jetzt schneide ich den überstand ab und ich muss sagen was sagt ihr wenn ich mir die beiden teile jetzt angucke soll ich es lassen soll ich es nicht lassen wisst ihr was ich lasse es erstmal ich lasse es erstmal und werde ja sehen ob es mir im laufe des des daseins gefällt so dass ich sagen kann ja ich bin das ist jetzt oder oder fahren oder ob ich irgendwann tatsächlich mir die flasche noch einmal schnappen werde und sagen wir jetzt haben wir hier die ziehfäden und eigentlich sollte man die gut entfernen können weil die sieht man sonst natürlich ganz zum schluss so ich bin lasse es jetzt doch ich lasse manchmal sollte man den einfach so lassen so jetzt haben wir tatsächlich und ich zeige euch jetzt flasche nummer drei und da hängt auch schon was dran das ist das was wir für den nächsten arbeitsschritt auch gleich benötigen werden aber ich stelle das noch einmal beiseite und sie immer das was unten an der flasche dran hängt und zwar ein kleines glas und da habe ich mir so kleine baby gläschen ausgesucht die hatte ich zuhauf weil mein hund hatte darmprobleme und dann hat er diese sehr gern in seinem futter gemocht und da habe ich mir natürlich auch noch zwei weitere bereitgestellt und eigentlich sogar auch noch zwei weitere die wir aber ein bisschen anders gestalten werden und jetzt gestalten erst mal die und das ist eigentlich auch kinderleicht wir brauchen ein henkel wir benötigen eine aufhängung und warum habe ich mich für baby gläschen entschieden ganz einfach die haben hier so ein rand und da hält dieses hier wunderbar dran und es ist auch keine kunst so ein henkel herzustellen ich nehme jetzt von diesem draht etwas doppelt und nehme gerne mehr abschneiden kann man immer so und jetzt halte ich die eine seite mit hilfe einer zange und in der anderen stecke ich jetzt ein stift jetzt drehe ich das ganze weil mir ist eigentlich soll das halten wenn ich heute weil mir ist ganz einfach nur eine lage draht zu dünn und wenn ich mir dieses hier so drehen verzwirbeln sich diese und ich habe eine drahtstärke wie sie mir gefällt wie ich gut und gerne mit weiter arbeiten möchte und ja nachrücken immer wieder ganz wichtig sonst kann es passieren wie eben dass es einfach unten abbricht insofern rückt immer wieder nach oder ihr habt ganz einfach draht in einer stärke die euch gefällt so was ist das wird rad welches ich gerade hier benutzt kann ich noch nicht mal sagen das nutzt man sehr häufig einfach zur weihnachtszeit um um grenze zu binden meistens grün ich kann aber gerne noch mal auf die suche nach der stärke gehen alle zutaten die ich hier benutze hinterlege ich euch in der infobox und insofern könnt ihr das dann wunderbar nacharbeiten so hier drückt ist ein bisschen platt das ende jetzt mal eine drahtstärke wo ich finde wo man gut mit arbeiten kann so und dieses wird ja jetzt der henkel insofern nehme ich noch mal mein draht führe es durch die schlaufe nehme dieses doppelt und jetzt gehe ich her und wicke wickele mir mein draht einfach um den hals des drei gläschen herum und ausjustieren kann man später immer noch schaue ich dann mal ganz gerne von oben ob ich die mitte gut getroffen habe hier kann man tatsächlich jetzt schon her gehen und die andere drahtseite einmal nach oben biegen das hat euch mal diese und natürlich müsst ihr schauen welche länge ihr hier eingestellt hat das soll ja auch nicht so lang sein auch nicht so kurz insofern ich ziehe das mal noch ein bisschen weiter runter so denke ich dürfte es eine gute höhe haben jetzt nämlich die andere drahtseite hoch und wickel das ganze aber noch mal richtig gut für ein wirklich guten halt es ist nicht viel gewicht was da drinnen steckt jedoch finde ich sollte es aber auch wirklich halten also jetzt ein bisschen hochgerutscht und die beinenden verzwirbel ich miteinander und schon haben wir einen hänkel das gleiche mache ich jetzt mit meinen anderen gläschen auch dann habe ich soweit alles vorbereitet wie ich es für die nächsten arbeitsschritte brauche aber das mache ich fix im schnelldurchlauf das schneide ich hier noch einmal ab so schaut das ganze aus und ich finde ich kann sich wirklich sehen lassen so mit den wirklich aufwendigsten dingen sind wir fertig und jetzt können wir hergehen und können das so richtig richtig schön gestalten und zwar habe ich mir gedacht dass wir also ich habe ja hier schon mal eins fertig dass wir diese gläser samt aufhängung zum schluss jetzt möchte es nicht mehr ran jetzt aber sagt aufhängung ganz im anschluss an einem holz befestigen und das zeige ich euch dann aber jetzt gehen wir erst mal her und jetzt haben wir hier diese schlüsselringe die gibt es auch in verschiedenen größen ihr müsst schauen wie euer flaschenhals ist dieser ist ja recht breit und wenn ihr da einen schmaleren schlüsselring nutzt geht er einfach sehr weit nach oben aber ich könnte das ja der ging einfach weiter nach oben das gefiel mir jetzt nicht so ich finde schon schön wenn das glas irgendwo an sich immer noch frei baumelt und nicht oben komplett im flaschenhals mit verschwunden ist und so gehen wir hier auch vor was benötigen wir was ist das für eine aufhängung die habe ich auch im netz bestellt und jetzt ist das hier alles salat ganz viel salat da sind glaube ich acht dieser aufhängungen gewesen und hier haben wir immer noch nicht den schuldigt jetzt müssen wir es aber gleich haben jetzt bin ich ein bisschen verwirrt und zwar war an die es ist an einer aufhängung sind drei von einem haken sind drei aufhängen jetzt jetzt wird es mir aber klar hier habe ich ja den haken hier habe ich den irgendwo schwebt hier noch so einer rum aber wir brauchen ja den haken und zwar habe ich das ganz einfach ein bisschen geöffnet auf dass wir diese hier austrennen können weil wir benötigen ja nur einen dann habe ich das wieder ein bisschen geschlossen jetzt habe ich morx erzählt da sind nicht acht ich glaube das waren vier aber ich gehe ich hinterlege euch ja ganz zum schluss in der infobox alle zutaten da gehören auch diese zu ich habe mir ganz viele verschiedene angeschaut insofern war ich jetzt ein bisschen aber ein zwei dritter haken vierter haken vier aufhängungen und müssen mal gucken wie wir das dann mit dem anderen machen was ich euch aber später noch zeigen werde und ja nun gehe ich her was von oben einfach den kleinen karabiner haken durch baumseln den schlüssel ring eigentlich könnte ich das alles im schnelldurchlauf machen also das will man da schon großartig noch erklären befestige ich jetzt hier jetzt drehe ich das ganze aber noch zwei drei mal so ich hoffe ich habe jetzt ganz gut die mitte erwischt und alles zusammen das wäre jetzt nur zwei dann kann zum schluss wie ihr seht wenn manche dinge einfach ein bisschen lang sind also manche gläser könnt ihr den gegenwirken indem ihr einfach dieses hier noch ein paar mal umher dreht das kürzt ungemein sollte es nicht reichen zwirbelt einfach noch mal die seite auf zieht das noch mal ein bisschen runter und kürzt die seite ich finde es persönlich überhaupt nicht schlimm wenn eine seite jetzt länger sein sollte als die andere mich stört es persönlich nicht aber dann müsst ihr halt schauen was ihr so mögt eigentlich bräuchten wir die haken hinten auch gar nicht wenn wir dazu komme ich ja noch die aufhängung nehmen woran ich dies alles nachher anbringen möchte aber dazu später ich mache an den flaschen jetzt ganz einfach die haken dran weil ich das am ersten auch schon dran habe und ihr seht das geht eigentlich ok so dann hätten wir unsere drei aufhänger hier fertig und jetzt zeige ich euch was ich meine und zwar habe ich hier so ein holzstück wo einfach fünf haken dran geschraubt sind mit einem stück band ich muss mal schauen ob das band ausreichend ist oder ob ich das tatsächlich ein bisschen verstärken werde indem ich ein stärkeres band anbringen aber da schaue ich mal so und da möchte ich natürlich dann hier die flaschen einfach mit hilfe des hakens anbringen und was ich meinte entweder kann man das auch so anbringen oder man braucht benötigt diesen haken gar nicht weil hier sind die haken dran und man könnte das ganz einfach auch so anbringen da könnt ihr schauen der vorteil mit diesen haken ist was ich eingangs auch sagte was ich mir richtig schön vorstellen kann wenn man das in den bäumen hängt man das einfach draußen im garten in einem baum hängt und das dort dann vor sich her leuchtet zum thema leuchten kommen wir jetzt ich persönlich bin ein fan von led lichtern ich bin kein großartiger fan von echt wachskerzen insofern habe ich mich für diese hier entschieden und muss sagen ich finde das passt wer jetzt sagt man schaut aber hier auf so einen weißen led hals ich finde irgendwie das optische mit diesem silberrand ansprechender ich habe es versucht indem ich eine kerze raus könnte ob diese led kerzen da reinpassen nein leider passen sie nicht rein aber ihr könnt hier doch ganz einfach auch ein kleines silbernes band anbringen oder es gibt ja dieses heißt denn das band jetzt überlege ich kann das selbstklebende ich glaube dass man sich auch so t band oder komme ich noch drauf auch das kann ich euch in der infobox einfach hinterlegen was ich damit meine aber vielleicht komme ich noch auf den namen so und jetzt habe ich meine drei flaschen fertig die ich anbringe und ihr habt gesehen fünf haken fünf haken dafür um einfach noch eine niedliche sache ganz in der mitte mit anzubringen weil ich finde das bringt noch mal so richtig süßen touch daher und das machen wir mal eben fix fertig auf dass die blumen gut stehen habe ich mir von diesem draht einfach etwas um die hand gebunden da brauche ich jetzt kein steckschaum aber das ist eine leichte steckschaum hilfe und wenn man dieses einfach hier ins glas gibt hat man wunderbar so eine kleine hilfe für die blumen dass sie nicht einfach alle nach rechts alle nach links oder wie auch immer überstehen sondern ein bisschen halt haben hinzu etwas wasser das gibt es klar und was habe ich für blumen wie ihr seht ganz gemischt und zwar einfach ganz viel von draußen ich habe mir ich fange mit diesen hier an einfach verschiedene gräser gesucht die wachsen momentan überall an den straßenrändern und da geht ihr einfach her nimmt euch ein paar schöne exemplare schön vom nicht wirklich so vom rand also da bin ich auch kein fan von da wo die hunde sich schon verewigt haben sondern ich gehe tatsächlich etwas weiter rein und nehme gerne von den gräsern die nicht schon hunde duft enthalten so und jetzt seht ihr mit dem draht da drin seine wunderbare steckhilfe sollte es eigentlich sagen aber dieser will ich es hat aber nichts mit dem draht zu tun so und dann haben wir hier noch so ein paar andere schönheiten ich bin mir nicht ganz sicher wie diese alle heißen aber diese finden jetzt platz in meinem glas so fertig ist das nicht süß warum habe ich hier jetzt keine schlüsselringer angebracht weil man sie einfach nicht braucht warum sind sie hier dran weil sonst das glas einfach in den flaschenhals rutscht so ganz einfach erklärung ich werde dies ganze jetzt gleich draußen anbringen und ja wir sind heute noch auf einem geburtstag wir kommen ganz spät wieder da werde ich das ganze noch einmal zum leuchten bringen und ja euch dann wissen lassen zeigen wie wunderschön das aussieht im dunkeln ja ich hoffe man sieht das noch mal schauen wenn wir wieder zurück sind ja ich wünsche euch mega mega viel spaß beim nachmachen also auch die blumen wegesrand also naja nicht rand aber bis auf die frisantänen ist alles wirklich draußen gepflückt und es ist so schnell ausgetauscht und was ich auch total niedlich finde die muss ich euch mal zeigen wenn man solche verblühten kapseln nimmt wie mond kapseln und habe ich hier ja auch mit drin klatsch mond kapseln oder eben auch diese hier richtig richtig klasse richtig niedlich ein paar gräser ein paar andere dinge ja und fertig und wie dieses hier weiß ich halt nicht ich glaube es ist eine art schleierkraut aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher ich bin mir sicher ihr werdet es finden wenn ihr danach sucht ich wünsche euch einen wunderschönen spaziergang haltet aufschau und ich wünsche euch ganz ganz viel freude an euren leuchterchen und ja ich würde mich freuen wenn wir uns ganz bald ganz einfach wieder sehen bis dahin tschau tschau sagt auch deko jana 3 ich ja wenn ich Vielen Dank.